Herzlich Willkommen bei Filz und Garten. Heute werde ich mal im wahrsten Sinne des Wortes Filz und Garten miteinander verbinden. Ich habe nämlich für solche Frühlingsblühe, solche Hyazinthenzwiebeln, die es jetzt überall zu kaufen gibt, einen winterlich warmen Mantel gefilzt in Form von solchen Schnüren und wie das geht, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Man benötigt dazu etwas Schurwolle vom Vlies oder vom Strang, ich habe diesmal hier was vom Vlies genommen und natürlich Seifenlauge. Am besten filzt man solche Filzschnüre auf einer rauen Unterlage, wie zum Beispiel einem Handtuch, weil sich die Wolle da ganz gut reiben lässt. Zuerst mal lege ich die Wolle so ein bisschen zusammen und dann wird sie in der warmen Seifenlauge eingeweicht und vorsichtig auf der Unterlage gerollt. Vorne und hinten lasse ich erstmal die Wolle trocken, weil an dieser Stelle kann man dann die Schnur verlängern, also das nächste Stück an Filzen. Immer wieder eintauchen, bis alles gut durchgeweicht ist. Am Anfang dauert es ein bisschen und ja, man braucht auch ein bisschen Geduld. Aber man sieht schon, dass man, wenn man das so mit den Fingern rollt, dass sich das ganz gut gleichmäßig zu einer Schnur filzen lässt. Ich habe jetzt schon mal ein ganzes Stück noch angefilzt und möchte aber jetzt noch mal zeigen, wie genau das Anfilzen geht. Dafür nimmt man also einfach das nächste Stück Wolle, erst mal trocken. Hier hat man das trockene Ende von dem gefilzten Strang. Dann weicht man auch diese Wolle wieder ein in der Seifenlauge und verbindet jetzt zunächst mal hier das Ende mit diesem. indem man das hier so zusammenlegt und ganz vorsichtig rollt wieder auf dem Handtuch. Dabei muss man wirklich ein bisschen Geduld haben, der Wolle Zeit lassen sich zu verbinden. Es ist also natürlich am Anfang erstmal ein bisschen dicker an dieser Stelle, aber das wird im Laufe des Filzvorgangs dann auch dünner. Nach da nochmal wieder eintauchen und vorsichtig rollen. Je nachdem wie dick oder wie dünn man diese Filzschnur haben will, muss man eben länger filzen und rollen. Also man könnte auch das noch sehr viel dünner machen. Da ich aber die Herzenzwiebeln lieber in einer dicken Wolle einpacken wollte, lasse ich das jetzt so in dieser Stärke. Das Ende nochmal schon mal drehen. Auch hier lassen wir wieder das Ende erstmal trocken, um das nächste Stück ansetzen zu können. So, jetzt sieht man, dass es hier in der Mitte bisschen dicker ist und deswegen bearbeite ich jetzt erstmal vor allen Dingen hier und hier drücke ich dann auch ein bisschen mehr. Wenn man dann spürt, dass sich die Wolle miteinander verbunden hat, dann kann man da auch ein bisschen Druck ausüben beim Rollen und man merkt dann auch, wie sich das unter den Fingern verteilt und dünner wird und mehr zu einem gleichmäßigen Filzstrang. So, die Hyazinthen habe ich jetzt mal schon mal vorbereitet und zwar habe ich den Topf und die ganze Erde entfernt und das ganze ein bisschen ausgewaschen. Um jetzt die Wolle, damit die nicht nass wird und man sie auch besser befestigen kann, das Ganze erstmal in Alufolie einpacken und dann den Wollfaden befestigen. Dass die Hyazinthen jetzt keine Erde mehr bekommt, das sollte ihr eigentlich nichts machen. Die wird wahrscheinlich trotzdem aufblühen, weil sie jetzt so viel Kraft in ihrer Knolle hat und ja, wenn sie dann aufgeblüht ist, dann kann man sie immer noch später in den Garten pflanzen. So, dann braucht man noch eine Heißklebepistole, damit man so ein bisschen den Anfang und auch vielleicht das Ende und auch zwischendrin mal festkleben kann. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Heißkleber drauf schon mal auf die Folie und fange mit dem einen Ende der Schnur, die natürlich jetzt erstmal zwischendrin, also nach dem Filzen getrocknet werden muss, an das hier unten zu bekleben. Die Schnüren, die ich jetzt verwendet habe, die Schnüre, die ich verwendet habe, die habe ich so ungefähr 2,50 Meter lang gefilzt, wenn man so eine Vorstellung hat, wie viel man da braucht, ist dann doch am Ende mehr, als man vielleicht am Anfang denken würde. Genau, jetzt hier so das Ende von der Wolle werde ich dann unten drunter einfach stecken. Man kann es natürlich auch festkleben, aber man kann es auch so befestigen. Ja, und so sieht es dann aus. Also, wenn man die Hyazinthen, so mehrere Hyazinthen eingepackt hat, wirkt es natürlich am schönsten. Eine muss ich noch. Man kann sie jetzt einfach so als Deko auf den Tisch stellen oder in die Fensterbank, auf die Fensterbank oder was ich auch sehr schön finden würde, ist, wenn man hier eine Schnur um den Hals bindet und das Ganze als Kugel eigentlich einfach aufhängt, auch ins Fenster zum Beispiel, so in verschiedener Höhe. Das ist bestimmt eine schöne Idee. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!